Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Conduct Deluxe. Bei diesem Spiel müssen wir mit unseren Entscheidungen dafür sorgen, dass der Zug nicht explodiert. Leute, erste Mission, triff nicht den Bus. Ja, klingt erstmal leicht, wir haben 60 Sekunden Zeit. Der Zug hält jetzt hier und ich muss ihm sagen, zack, du bleibst auch erstmal hier. Der Bus wendet da immer, okay. Wartet kurz und jetzt wieder losfahren. Go, go, go. Komm schon. Jetzt da oben wieder halten, perfekt, warte noch. Und jetzt schnell wieder rüber. Insgesamt müssen wir jetzt 25 Leute befördern. Fahr direkt weiter, komm. Ah, stopp. Oh, war das knapp. Alles gut. Aber wir schaffen es, wir haben noch viel Zeit. Bleib da stehen. Und wieder weiter. Und die letzten drei Leute und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Sehr nice. Weil wenn ich jetzt teilweise nicht gedrückt hätte, dann wäre der Zug automatisch weitergefahren. Der hätte dann die Leute eingesammelt. Also ich muss sagen, es bockt. Es wird natürlich jetzt von Level zu Level komplizierter. Die Zeit sitzt einen im Nacken. Wir haben jetzt 28 Münzen verdient. Okay. So, Waldpavillon. Dankeschön. 75 Sekunden. Okay. Ah ja. Aber guck mal, jetzt sieht man es. Ich drücke nichts. Und dann fährt er irgendwann einfach automatisch los. Ist jetzt gar nicht so schlecht. Weil da vorne ist ja nur die Schranke. Oh. Oh, was ist das denn? Da ist plötzlich noch ein zweiter Zug. Und jetzt wollte ich euch natürlich rein zu wissenschaftlichen Zwecken demonstrieren, was passiert, wenn man, ja, wenn man es verkackt. Das finde ich ja ganz geil. So, dann fahr mal schön. Wir müssen am Anfang wirklich echt nichts machen. Ah, da kommt noch ein zweiter Zug. Wir müssen uns ja mega beeilen. So, warte mal. Jetzt kommst du. Hallo? Danke. Wir halten an. Das passt. Der sammelt die ein. Und wenn er losfällt, wir müssen uns ein bisschen... Ich steuere beide Züge. Das habe ich nicht gecheckt. Ich dachte, der andere wird vom... Ich habe mich nämlich schon gewundert. Junge, warum fährt der da rein? Okay. Alles kein Problem. Ich habe es jetzt verstanden. Äh, ja. Ihr fahrt jetzt weiter. Ja, warte mal. Jetzt muss ich ja zwei Sachen gleichzeitig machen. Das schaffe ich nicht. Mein Gehirn kann das gar nicht verarbeiten. So, du bleibst jetzt hier stehen. Du bleibst jetzt auch erst mal stehen. So. Dann fährst du los. Du kannst jetzt... Stopp! Kein Problem. Alles gut. Jetzt schaffe ich es. So, warte ab. Du bleibst jetzt hier stehen. Super. Du bleibst jetzt auch erst mal stehen. So. Jetzt darfst du weiterfahren. Fahr weiter. wieder. So. Jetzt kommen da unten Leute. Du kannst. Sehr nice. Stopp. Und stopp. Fährst noch mal kurz ein bisschen vor. Ja, fahr. Fahr, 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 fahr. Sehr gut. Du darfst auch fahren. Sehr nice. Hier bleibst wir jetzt beide einmal kurz stehen. Du fährst. Einfach nur mal kurz. Ah, warte. Stopp. Und jetzt. Sehr nice. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Hol die ab. Sehr nice. Und noch mal weg. Ich hab's. Jawohl. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das alles so verstanden hab. Weil mein Gehirn, das braucht manchmal ein bisschen länger. Aber ist kein Problem. Oh, hier ist mal ein Lüden. Warum wurde das schon innerhalb so kürzester Zeit so schwer? Bremsen. Ja, hört sich gut an. Hab ich jetzt wieder mehr als... Oh, oh. Was ist das denn jetzt? Äh. Okay. Sorry. Tut mir leid. Das war meine Nase. Deswegen war es so schlecht. Gut. Wir haben jetzt diesmal statt einem Bus einen Zug, der ständig kommt. Dementsprechend. Fahr mal direkt los. Dich bremse ich auch schon mal. Jetzt und los. Die müssen immer synchron fahren. Jetzt werde ich beide wieder anhalten. Genau. Fahr mal durch. Alles easy. Wir dürfen uns einfach bloß nicht aus der... Ja, wie sagt man? Aus der Balance bringen lassen. Aus dem Takt. So, ja. Oh, guck mal. Jetzt ist gut. Das ist nice. So, jetzt müssen beide hier wieder stehen bleiben. Weil sonst gibt es ein Unglück. Du darfst fest los. Ja, ja. Sehr nice. Ja, das schaffen wir. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Oder lasst eine kleine Bewertung da, wenn ihr da Lust auf mehr habt. Es macht Spaß. Also, es ist ein schönes Konzept. Spurwechsel. 60 Leute, 75 Sekunden. Oh, oh, nee. Da muss ich jetzt denken. Ah. Jetzt muss der zum Beispiel zum Roden. Ja, das ist schon gut. Das ist okay. So. Und jetzt wird er gelb. Das ist richtig. Weil die müssen immer zur richtigen Station. Das sind jetzt Rode. Das kann... Oh, nee. Was ist das denn jetzt? Stopp erst mal. Nee, guck mal. Er ist jetzt... Stopp! Du musst zu Rot. Das kannst du machen. Und du musst zu Blau. Das ist richtig. Okay. Jetzt mal kurz gucken. Das ist gelb. Der muss da... Ah, vor, 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 vor. Alles gut. Zu Blau. Wieder umstellen. Äh. Ja, das ist richtig. Jetzt kurz mal gucken. Was wäre... Ja, stopp. Stopp, stopp. Hier nach oben. Sehr nice. Und du jetzt auch. Und wir haben es geschafft. War es ein First Try? Ich glaube schon. Jetzt kommt natürlich... Ja, jetzt hier mit den... Komischen... Äh, wie sagt man? Gleisen. Gleissignalen. Gleis... Das Wort fällt mir nicht ein. Was ist denn... Ist das das Signal? Nee, ist nicht das Signal. Die Weiche. Genau. Sorry, manchmal. Ihr wisst Bescheid. So. Oh, jetzt kann ich immer hier... Oh. Silber. Hol dir ein Gratisgeschenk. Ja, danke. Was ist denn mein Gratisgeschenk? Oh. Der Intercity 125. Das ist ein gutes Ding. Ach so. Ich würde aber, glaube ich, ganz gerne weiterhin mit dem hier spielen. Dann kommen wir jetzt. ICE wäre cool. ICE würde ich tauschen. Level Design freigeschaltet. Neun Sachen. Interessant. Freischalten für 100. Ah, okay. Wir müssen hier sozusagen der Reihe nach. Ja, dann lassen wir uns das mal für 100 freischalten. Wir haben 200. Das ist tip top. Das grüne Tal. So, was geht im grünen Tal? Ah, jetzt... Oh, das ist aber... Warum... Äh... Ich verstehe... Ich verstehe gerade gar nichts. Stopp. Ihr könnt da ja einfach so weiterfahren. Also, macht ja keinen Unterschied. Ich brauche das andere ja gar nicht. Oder schaffe ich das in der Zeit nicht? Das ist doch bestimmt so gedacht, dass man das in der Zeit nicht schaffen kann. Ja. Okay, wir müssen es so machen. So, dass er hier auch was gettet. Oh, fahr da oben. Dann macht er kurz Stopp. Und dann fahr wieder. Genau. Ah, das wird jetzt kritisch. Nee. Nee, jetzt habe ich... Ich habe es verkackt. Ich habe es ver... Ja. Ja, doch. Nee, doch nicht. Fahr. Fahr, 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 fahr. Du auch. Du fährst so. Stopp. Oben rum. Und go. Ah, wir brauchen doch nur noch. Jawohl. Am Anfang kompliziert. Aber wir hatten noch 8 Sekunden. Gutes Ding. Let's go. Ah, auch die 8 Sekunden, die man übrig hat. Die bezeichnen auch, was für einen Rang man hat. Das war jetzt nur ein Stern. Aber geschafft ist geschafft. Wie bei Polybridge. Ganz ehrlich. Bei Polybridge wollte ich es auch immer nur hinter mich bringen. Ah ja. Okay. Äh, wer bist du denn? Warum kommt der jetzt... Den kann ich nicht steuern. Hä, den einen kann ich nicht mal aufhalten. Ach so. Oh, oh, oh. Ja, ja. Weil der muss durchfahren. Deswegen ist das so. Nee, jetzt habe ich da schon wieder den Fehler gemacht. Weil den hätte ich umschalten müssen. Okay. Ja. Smarte Sachen. So. Okidoki. Alles easy. Dich mache ich hoch und dich geradeaus. Weil der muss durchfahren. Genau. So. Halt mal kurz. Du musst nämlich hier. Hier unten. Sehr nice. Das wieder umschalten. Nicht zu früh los. Sehr gut. Nach oben. Wieder umschalten. Nein. Ui. 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 Okay. Man darf es nicht zu krass machen. Fahr hier schön rum. Geradeaus. Du fest oben längs. Easy. Bleib nochmal stehen. Jetzt darfst du fahren. Oh ne, 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 ne. Schön nach unten. Und wieder umschalten. Diesmal riskieren wir es nicht. Du bleibst stehen. Wenn er vorbei ist. Nach oben schalten. Und los. Damit wir hier in einem guten Flow bleiben. Stopp. Und los. Und unten längs. Das ist doch. Das ist ein guter Flow. Den würde ich auch gerne behalten. Und los. Also ich. Doch. Das. Vom Timing her. Klappt das, oder? Stopp. Und los. Ah. Da hätte ich ein bisschen. Ein bisschen früher losfahren. Wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber egal. Wir werden ja sowieso hier gleich wieder aufgehalten. Doch, doch. Schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir. Let's go. Das sind die letzten. Da kommt direkt schon wieder die Bahn. Jawohl. 20 Sekunden ist, glaube ich, zwei Sterne. Sehr geil. Uiuiuiui. Ja, ein Stern, zwei Sterne. Vielleicht jetzt ja drei. Mountain Roulette. Oh Gott. Was ist jetzt hier los? Hä? Ah, ich muss. Man sieht es nicht. Ich muss es antizipieren. Guck mal. Jetzt weiß ich zum Beispiel, wenn ich da jetzt durchfahre, dann crashe ich die. Weil ich sehe ja nicht, was da passiert. Jetzt können wir fahren. Junge, ist das mies. Ist das... Okay. Hier weiß ich, jetzt muss ich stoppen. Wenn aber jetzt kann ich weiter. Ich glaube, das war echt knapp. Aber ist mir egal. So, hier wieder stoppen. Und fahren. Ja, komm, fahr. Wir sollten es schaffen. Ja, perfekt. Das war nice. Achso, da holt er sie ab. Ah, ah. Ich sehe nichts. Ich warte. Ich will jetzt nichts mehr riskieren. Und go. Hoch. Perfekt. Hätte man, glaube ich, sogar noch krasser machen können. Aber ey, zwei Sterne. Chillig. Was ist jetzt? Northbound. Irgendwann werde ich es einfach vom Gehirn her nicht mehr schaffen. Ich sag's euch. Was soll ich denn jetzt machen? Wer, der fährt jetzt da durch? Und wo kommt er wieder raus? Ich weiß jetzt nicht. Und dann kommt er hier raus. Wenn er den macht, oder was? Oder kommt er wieder da raus? Ne, er kommt... Achso, ja, logisch. Aber ja, klar. Ne, jetzt kommt noch ein Zweider. Ne, das ist ja blöd jetzt. Ja, dann fahr halt du da hin. Weil jetzt kommt er hier unten. Oder? Hältst du da? Ja, du hältst. Ja, fahr mal da. Und du fährst da. Ist das richtig? Ja, Mist. Ich brauch die blauen. Ne, das ist jetzt die roten. Das ist schlecht. Ne, ja, ja. Ich hab schon... Ich hab schon... Ich hab schon verkackt. Ne, warum kommt denn jetzt noch ein Dritter? Stopp, Alter. Nee, aber du musst ja fahren. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Ne, der eine muss halten. Der... Stopp, 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 stopp. Da, Junge. Ich hatte ihn sogar schon angeklickt. Junge, wir hatten 49 von 70. Da kommt manchmal... Elbrainerino nicht so mit. Achso, fahr mal. Ja, ja, ja. Komm, mach. Mach, Junge. Das ist ja alles easy. So, aber du könntest jetzt mit dem Roden... Kannst du ja hier schon direkt fahren. Weil dann kommt der hier unten raus. Und der andere darf dann geradeaus. Okay, das läuft ja zumindest schon mal besser. So, weil er muss jetzt die blauen holen. Und du holst die anderen. Das ist doch richtig. Ah, ja, ja, ja. Okay, jetzt könntest du hier... Äh... Ja, Hauptsache umschalten. Weil dann ist doch alles... Alles perfekt. Und den hier oben halte ich an. Ich will gar nicht, dass der Dritte da noch mit... Mit rumfuscht. So. Zack, Alter. Und du bleibst hier stehen. Ist mir egal. Ich brauche den nicht. Und wieder umschalten. Ah, Mist, 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 Mist. Ja, so. Nee, 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 nee. Ich habe es falsch gemacht. Ich habe es falsch. Nee, jetzt kommen sie beide. Aber der eine soll ja. Nee, ist falsch. Fahr. Du dahin. Und der andere da. Ich sage, wir werden es nicht mehr schaffen. Weil jetzt ist er da. Das ist gut. Und er ist da auch. Perfekt. Oh, vielleicht schaffen wir es noch. 20 Sekunden. Jawohl. Und du da. Oh, ja. Zwei noch. Es sind nur zwei. Bitte. Halte da. Halte. Sechs. Nein. Nein. Weil ich das falsch gemacht habe. Aber den da unten zu lassen, ist kein Fehler. Also das ist an sich nicht schlecht. So, das kann ich jetzt schon mal umschalten. So. Hose ran. Und fahr da nach unten. Sehr gut. Gut. So. Ja, ja. Sehr gut. Da kommt jetzt der Zweite. Du fährst da. Du da. So. Du bleibst jetzt mal kurz stehen. Du willst ja zu den... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Du willst zum Blauen... Ja, ach komm. Ach, fahr einfach. Sind sowieso noch nicht so viele Leute da. So. Der muss jetzt aber da hin. Der muss da hin. Ah, jetzt ist doch der Dritte da. Nee, das ist doch jetzt Mist. Jetzt spielt der... Jetzt fischt der eine da rum, wo er eigentlich gar nicht rumfuschen soll. Psst. Fahr einfach. Du fährst auch. Das wird eine... Das wird eine Katastrophe. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Fahr einfach. Du auch. Du fährst da längs. Da kommt doch jetzt der andere auch. Okay, alles gut. Ja, das war jetzt... Fahr. Ich hab die 70. Let's go. Junge, drei Sterne. Drei Sterne. So muss das sein. Das sind sie. Busy Town. Gib mir Busy Town. Oh ja. In Busy Town ist wirklich ziemlich vieles busy. Okay, easy, 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 easy. Alles kein Problem. Ja, ich war ein bisschen ungeduldig in Busy Town. Bleib mal stehen hier. Ja, fahr mal schnell. Hopp. Dann geht's auch. Ah, stopp. Ja, es gibt das Auto und es gibt unten die Bahn. Die müssen wir beide beachten. Und dann müssen wir auch hier rechtzeitig umschalten, damit die Bahn rumfährt. So, die muss ich mal hier halten. Du fährst durch. Und die muss hier unten längs. Genau. Na, stopp. Okay, und los. Der kann auch. Stopp. Und los. Ah, das war jetzt ein bisschen blöd. Jetzt hab ich einen Zug. Ich hab einen Zug verloren. Und dann fährt er da unten seinen Fuß ab. Ich hab ne... Okay, ich hab ne... Ein Achievement gerade bekommen, dass ich schon 100 Leute umgebracht hab. Also, Busy Town. Stehen bleiben. So. Du bleibst da stehen und ich bring dich da runter. Das wissen wir mittlerweile. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, dass er schon mal hier wartet. Sehr nice. So. Dann fahr mal schnell. So schnell ist er dann leider auch nicht. Hol die Leute ab. Hol die hier ab. Dann müssen wir hier wieder umschalten. Der kann schon mal fahren. Uh, das war blöd. Aber easy. Ihr wartet jetzt hier kurz. Du sowieso. Umschalten und losfahren. Du kannst auch. Ja, fahrt mal beide. Du schaffst das da auch noch durch. Stopp. Oh, wir haben es geschafft. Ah, keine dreifache. Es ist aber zwei. Alles. Hauptsache Level schaffen. Ohne Witz. Hauptsache Level schaffen. Uh. Okay. Rotundra. Rotundra. Oh nein. Ich check gar nichts. Ah ja. Ja. Warte, aber wir können uns nur gegenseitig kaputt schlagen. So. Nee, du sollst nicht dahin. Du sollst da oben. Zum Blauen. Warte mal. Warte mal. Du musst jetzt zum Blauen. Und du musst zum Gelben. Ja. Okay. Fahr, fahr, fahr. Alles gut. Nee, du musst ja. 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 So, alles wieder so umgehen, dass sie erstmal im Kreis ein bisschen fahren. So, gelb. Gelb, gelb, gelb. Du fährst bei Rot rein. Du fährst bei Gelb rein. Easy. So, und dann alles wieder gerade. Du musst, äh, okay, dann schalten wir hier einmal und hier. Das sieht doch, glaube ich, ganz gut aus. Wieder alles umschalten. Dann haben wir einmal, äh, lila und einmal gelb. Beide fahren rein und umschalten. Sehr nice. Dann einmal Rot. Rot und sofort umschalten. Und dann lila wieder umschalten. Okay, so langsam komme ich in den Flow rein, der gut ist. Umschalten. Äh, ja, hier und hier. Bitte. Ja, noch geschafft. Sauber. Sauber, 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 sauber. Ja, ich weiß. Ich freue mich. Viele von euch denken sich wahrscheinlich, so schwer ist das doch nicht. Ja, das stimmt vielleicht. Aber ich, 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 mir macht Spaß. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn ich was schaffe. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier alles abgeschlossen habe. Bronze. Egal. Ich hole mir gerne nochmal ein Geschenk ab. Das öffne ich hier. Ja, aber eine Klaas A4 Mellert. Ja, aber ich mag eigentlich unsere Züge. Ich mag das dänische Modell. Weil das erinnert mich richtig an die S-Bahn aus Hamburg. Und ihr wisst, Hamburg meine Perle. So, jetzt geht es in Schnee oder was? Ah ne, guck mal, jetzt können wir mehrere freischalten, weil die so in einer Reihe sind. Wir haben hier einmal den wilden Westen. Schnee. Ich finde ja das ganz geil, weil es da Brücken gibt. Seht ihr da die Brücke? Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Oh, das sieht schön aus. So ein bisschen wie ein Bauernhof. Oh ja. Alles klar. Was ist jetzt? Was ist jetzt eure Miss... Gelb? Ja, gelb hier rein. Ah, und da? Ja. Ist in Ordnung. So, ich glaube, dieses... Es ist immer... Ah, ne. Dass da auch immer ein Zweiter noch dabei sein muss. Oh, was ist... Was ist jetzt hier passiert? Kleine Explosion. Lilla ist da oben. Dann weiß ich. Ich klack den um. Und da kann er einfach geradeaus fahren. Sehr gut. Das schon mal richtig. So, dann halte ich... Du hältst mal kurz an. Und du bist die Farbe blau. Deswegen kannst du fahren. Du ebenfalls. Du musst aber nach unten. Damit... Ja, das ist jetzt blöd. Stopp. Er muss zu... Warum ist denn da jetzt ein Dritter? Der Dritte macht Stopp. Du fährst nach oben. Und dann nach unten. Du fährst... So. Lila. So, nach oben. Perfekt. Easy. So, jetzt muss ich kurz mal gucken. Um Lila hinzubekommen. Hoch. Sehr nice. Und für Rot. Jetzt bitte einmal beeilen. Das schaffe ich im Leben nicht. Ich sage euch das. Und zum Roten muss er hier runter. Ah ja. Wir haben zweimal Rot. Das ist schon mal praktisch. Dann haben wir Gelb. Das ist auch gut. Dann haben wir einen Blauen. Stopp. Uh. Ja, wir haben noch einen... Er muss auch noch da oben. Oh. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Bitte. Ja. Let's go. Drei Sekunden, Junge. Uh. Das war eine... Absolut... Eine wilde... Wilde Reise. Oh. Der Bahnjard Buster. Oh, nein. Junge, was ist denn hier los? Viel zu viele Züge. Einmal nur gut, Leute. Das war's mit einer kleinen Runde von Kontakt Deluxe. Wenn euch das Spiel gefallen hat, dann lasst super gerne einen kleinen Like da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Hier sind noch weitere Videos der Team Palutenkanal. Schaut unbedingt mal vorbei. Und habt jetzt alle noch einen Traum auf den Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.